Ok Freunde, jetzt sind wir hier an dem Gebäude, wo ich schon mal war. Letztes Mal war ja scheiße gewesen, weil hier jemand übernacht hat, also gerechtigt hat und ja, wir schauen jetzt mal, ob wir durchgehen können bis zum Keller, ohne, dass wir unterbrochen werden. Kommt mit Freunde, schauen wir mal. So, hier war ein Witzender. Boah, ein Witzender. Ich kriege die Scheiße mal an. Gehen wir hier, ne? Alter, der hat echt jemand gepennt, wa? Guckt euch das mal an, aber bitte, hier hat echt jemand gepennt. Mal passen mit dem Gesicht. Ach, guckt euch das mal an, Alter. Ey, da sind noch die ganzen Klamotten drin, Alter. Boah, hier stinkts, Alter. Lass mal rausgehen, ey. Bah. Alter, Alter. Wie Scheiße, Mann. Alter, mach mir mal krach hier. Alter, guck mich doch deine Hand. Fälle mal reichen. Mensch, Alter. Körper-endrauf kannst du es ir armieren? Alter. Alter. Alter, mach mir mal krach. Alter, mach dran. Alter, mach mir mal bez Sc hormone. Ich habe keine Angst versammelt, herrlich, nope. So, jetzt ein bisschen im Keller, schauen wir mal. Hier ist alles schon im Arsch, das zeige ich euch einfach. Ja Freunde, also die Gute ist definitiv durch, das sah vor ein paar Jahren mal ganz schön besser aus hier. Also, ich denke. Jo Freunde, hier sind wir, hier haben wir die Rasenmäher gefunden. Schauen wir mal. Guckt euch die Rasenmäher mal an. Ja okay, außer den hier, das ist ein Elektrobetriebener oder Benziner. Also, das hier ist ein ganz altes Schätzchen, Freunde. Das ist schon ein Aspach-Uhrheit, ey. Gott, wie ich das meine. Schauen wir mal weiter. Aufpassen. Alter Schwinde. Okay, ihr seht es nicht. Ihr seht es. Beide Zimmer. Okay. Hier ist auch ein Raum, aber da kommt schon alles runter, ey. Boah, guckt euch das mal an, Leute. Alles im Arsch. Boah. Schauen wir mal weiter. Mal durchquetschen hier. Freunde. Alter Schwede. Guckt euch das mal an, was hier alles ist, ey. Unglauben. Boah. Freunde. Hier stinkts. Jo. Hier stinkts. Guckt euch mal die Schränke an hier, Freunde. Alter Schwede. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Alte Leute. Alter Schwede vorne. Boah, hier stinkts. Boah. Übel. Boah. 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 machen. anziehsachen. plattenspieler im sauer im arsch gemacht. die arschlöcher. richtig alter plattenspieler. aber ganz schnell raus hier, freunde. nicht gesund. hier sind wir hier rausgekommen. sicher, freunde. also, freunde, das war der keller. im letzten video waren wir schon mal ganz oben gewesen. also, damit war es abgeschlossen. also, ich wünsche euch noch einen schönen tag und bis dann nochmal, freunde. ciao.